Da meine ehemalige Schwiegermutter in Eisenach gewohnt hat, als meine Kinder klein waren, waren wir damals einmal im Jahr dort und haben dann in der Villa Bomberg übernachtet und sind jedes Mal in die Drachenschlucht gegangen. Diese Tradition führe ich fort, immer wenn ich in der Gegend bin und hatte meinen Hund Geld dabei. Was wir erlebt haben, erzähle ich euch nach dem Intro. Hallo ihr Lieben, ja bei mir ist es schon Tradition, dass ich immer, wenn ich in der Gegend von Eisenach bin, diese Drachenschlucht hier runter gehe und jetzt habe ich ja gerade meine Stute zum Hengst gebracht in der Nähe von Bad Hersfeld, da will ich später auch noch hin und dachte, komm, den kleinen Umweg machen wir und gehen jetzt nochmal die Drachenschlucht runter von der hohen Sonne aus. Das ist so ein Parkplatz mit Grill und da haben wir uns früher immer abholen lassen, weil wir ja die Schwiegermutter hier wohnen hatten. Mittlerweile hat sie ihren ersten Mann wieder geheiratet. Es scheint so, als wären das Dualseelen auch. Und zu Dualseelen tue ich euch ein paar Videos in die Infobox rein oder eine Playlist. Und dann gehen wir jetzt mal hier runter. Eine wirklich ganz idyllische Landschaft, aber wir kommen am Ende auch richtig in eine tiefe Schlucht rein, wo es ganz, ganz eng ist. Und es ist halt jedes Mal anders hier. Es ist immer faszinierend, wie sich dann die Landschaft verändert. Was ich heute erstmals mache, ist die obere Drachenschlucht zu gehen. Und dann hat man halt von oben einen Blick auf die untere Drachenschlucht. Da unten sieht man auch diese Holzpfade. Und hier geht es zur Sängerwiese und zu einer Elfengrotte. Und da bin ich noch nie lang gegangen, aber habe es entdeckt, weil meine Tochter und ihr Freund auch neulich hier waren. Und dann eben nicht das Auto oben, beziehungsweise das Auto oben geparkt haben, aber nicht abgeholt wurden, wie wir das früher immer gemacht haben. Nachdem ich nun ein ganzes Stück an der Schlucht entlang gegangen bin, bin ich jetzt hier unten angekommen und frage mich, ob das da vorne die Sängerwiese ist und gar nicht das, was ich soeben fotografiert habe. Von einer Grotte habe ich jedenfalls noch nichts gesehen. Schauen wir mal. Es ist jedenfalls immer ganz toll, wie brav die Gail ist. Man muss sich gar nicht um die kümmern. Die läuft halt einfach mit und achtet selbst darauf, dass sie nicht verloren geht. Entweder bin ich jetzt schon ziemlich unten oder die Schlucht geht an dem Teich vorbei oder ich bin gar nicht an der Schlucht. Wie gesagt, hier bin ich noch nie gewesen, aber ich bin halt in der Drachenschlucht selbst schon bei jedem Wetter gewesen. Heute ist allerdings das erste Mal, dass ich hier im Regen bin. Ich habe mir gerade die Regenjacke angezogen und ihr seht die Tropfen wieder auf den Teich kletschern, hoffentlich. Ich zoome noch ein bisschen. Ja, egal. Ich habe eine Regenjacke an und wir sind hier nicht aus Zucker. Dann geht es da oben wieder auf den Weg zurück. So, hier habe ich mich jetzt untergestellt, unter dieses Häuschen, wo man diese Teiche sieht. Und wie gesagt, fand der Grotte nichts in sich. Regen macht der Regen nichts. Jetzt hat sie mich gehört. Passt dir immer auf, was ich sage, ne? Und den Enten macht das auch nichts. Und noch ein Teich. Immer wenn ich rede, kommt die Gäler geflitzt. So, da sind wieder Schilder. Und jetzt hoffe ich, dass man für diese Elfengrotte, da muss man noch einen Kilometer mehr in Kauf nehmen. Aber machen wir. Auf jeden Fall ein sehr verwunschener Weg, der sich hier entlang kringelt. Und hier sieht man überall Felsen. Ich nehme an, ich habe es fast geschafft. Da vorne ist auch ein Schild. Ich kann es von hier aus nicht lesen. Aber, wenn ich daran denke, dass ich den ganzen Weg auch noch hochmarschieren muss. Uweia, uweia, uweia. Aber das Schöne ist, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann schauen wir mal, geht es da hinten rein. Das sieht schon irre aus, ne? Elfengrotte. Geologisches Naturdenkmal. So, dann schauen wir mal, wo die jetzt genau ist. Sie hier krabbel ich mal nicht rein. Aber das könnte sie sein. Da geht es nicht weiter. Es scheint. Hier ein wunderschöner Wasserfall. In den Kräsen. Dann geht das Wasser runter. So, jetzt stecken wir im Weg. Weiter gehen. Toll, dass sie da ist. Ja, aber das ist sie. Denke ich mal. Weil da oben, wo die Gel gerade ist, sieht nichts nach einer Grotte aus. Aber schön ist es trotzdem. Jetzt geht es hier noch einen zweiten Weg hoch. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass man so auch ans Ziel kommt. Todesmutig wie immer. Müssen wir wieder alles ausprobieren. Aber wenn man einmal oben ist, geht man ja eigentlich normalerweise auch irgendwann wieder runter. So früh gefreut. Da geht es hoch. Oh, ich hoffe, dass es nicht höher geht als hier. Alte Frau. Die geht es schon viel weiter als ich. Aber ich glaube, wir schaffen wir. Hier sind so Holzstufen. Ah, da bin ich schon mal gespannt. Ah, ich glaube nicht, dass ich da hoch komme, während ich euch was erzähle. Da muss ich gleich drauf. Und dann geht es da weiter. So, jetzt sind wir ganz nach oben gekraxelt. Und dann geht es in eine völlig andere Richtung weiter. Ich werde mal Google Maps befahren. Ja, jetzt bin ich endlich angekommen in der Drachenschloss. Ist es nicht wunderwunderschön hier mit dem Bach, mit dem verwanschenen Dünn? Ich liebe es hier. Es ist halt auch ganz viel immer mit Holz hier befestigt, mit kleinen Brücken und Treppen. Ja, anscheinend hätte auch die Möglichkeit bestanden, von hier aus, von der Elfengrotte, zu kommen. Und ich bin jetzt von da gekommen. Und jetzt geht es hier in die Schlucht rein, die wirklich super eng ist. Und als wir das erste Mal hier waren, war das im Schnee. Und wir hatten Kinderwagen dabei. Da war mein Sohn noch ein Baby. Und da konnten wir nachher nicht mehr mit dem Kinderwagen hier fahren. Musste also einer das Kind tragen. Und der andere den Kinderwagen. Und das geht ja jetzt ab hier durch nach Berg auf. Und dann hat mein Ex-Mann, also der Vater von meinem Sohn und sein Bruder, die haben den dann hier hochgeschleppt mit dem Kinderwagen. Die Treppen rauf, die da nachher kommen. Hört mal. Und das Wasser unter einem durch. Und das Wasser unter einem durch. Hoppla, Agel ist gerutscht. Agel, komm mit. Oh Gott. Dann ist das hier auf diesen blitzigen Bohlen ausgerutscht. Aber toll, dass ihr das hier mitmacht. Die war noch nie hier. Und ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also ich werde irgendwann, wenn der Auto versagt, spätestens eben das euch anders anzeigen. Die sind heute dann. Denn hier fasse ich jetzt wieder auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Hund aufmacht das Handy. Jetzt haben wir das lichtige Holz bewältigt. Wir gehen jetzt hier in den Gang rein. Da ist Gegenverkehr, deswegen warte ich jetzt hier. Ja, aber auf den Weg schon wieder super klar. Ja, sehr Dank. Ich hatte jetzt schon Angst, da habe ich nur zu dir gefahren. Ja, da habe ich mich jetzt nicht getraut zu filmen, aber die Gayle hat das ganz toll gemacht. Da ist sie. Und da geht es jetzt wieder mit diesen Wegen weiter. Ich genieße ja diese Stille und die Natur, die Geräusche vom Wasser. Aber habe ganz vergessen zu erzählen, dass wir hier auch mal waren, wo es ganz stark geregnet hat. Und in der Schlucht war das Wasser kniehoch. Wir mussten also die Beine aufkrempeln von der Hose und die Schuhe ausziehen und dann der Durchwaden. Das war eigentlich das größte Abenteuer, was ich hier jemals erlebt habe. Und jetzt nach so einer Viertelstunde, wo man eigentlich ganz bequem gehen konnte, kommt nochmal ein Stück Schlucht, wo es wieder ziemlich eng ist. Jetzt sind wir aus der Schlucht raus. Aber es geht nochmal über solche Wege. Also es sagt, das Navi noch eine Minute bis zur hohen Sonne, kann man sich bald gar nicht vorstellen, weil man auch so tief unten in der Schlucht ist. Jetzt beginnt der Aufstieg und dann gibt es wahrscheinlich nur noch Treppen. Ich hoffe es mit der Gehe. Das klappt aber ganz gut. Toll machst du das. Es läuft. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, diese eine Minute, die war wahrscheinlich für Jogger. Die schaffen das in einer Minute. Ich kraxel hier so rum. Aber das dürfte die Treppe sein, die ich euch von oben gezeigt habe. Mache ich auch gleich nochmal ein Foto. Und von hier aus sieht man Spaziergänger, die den Weg gehen, den ich am Anfang gegangen bin. Ich sitze hier auf einer Bank, die zeige ich euch jetzt mal schnell. Da ist die kleine G. Und hier habe ich mich nochmal auf die Bank gesetzt, kurz vorm Ende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.